Guten Morgen, welchem Idioten ist dieser beschissene April-Scherz eingefallen? Habe ich eine normale regionale Tageszeitung oder die Bild-Zeitung abonniert? Also nochmal sowas und die Zeitung wird abbestellt. Auf Wiederhören. Liebe Herr Heinemann-Zeitung, die Idee ist wirklich nett. Also Dankeschön, ciao. Das ist ja, das ist ja so. Ja, bei uns ist alles dreckig und wir, wir, wir sind hier im Chaos. Jetzt machen Sie die Klappen auf und jetzt nehmen wir zu und klicken. Ihr Seifkarleben. Das ist ja April-Scherzisch. Diese Ecke, was wird es nie geben. Wir wünschen Ihnen einen schönen offenen April. Danke. Dankeschön. Ich hätte jetzt verarscht. Liebe Mitbürger, einen Inkpass in der Leeranlage würde es nicht geben und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Das ist doch Granada, danke, oder? Aber da kommt die Tür hin. Ja, bitte, bitte, ich finde den Radio. Halt so. 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 Halt so.